Alina Sagittower, gerade mal 15 Jahre jung, als sie im Februar Olympiasiegerin wird. Kurz zuvor holte sie bereits EM Gold. Souverän ihr Sieg in Oberstdorf. Die Olympiasiegerin technisch brillant und sie glänzt nicht nur in der Rolle der Eisprinzessin. WM Gold fehlt der Russe noch. Ziel in diesem Winter, also klar.